Ihr könnt sehen, wer ist ein Dealer? Sag, wer ist ein Dealer? Wer ist ein Dealer? Sag, 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 wer ist ein Dealer? Untertitelung. BR 2018 O.G. Distribution. Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist. Wir sind am Start. Meldet euch bei uns. Bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht. Das geht wirklich ab 50 los. Und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Wir werden natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot abchecken zusammen, wie ihr das gerne hattet.